Hallo Leute, das ist hier ein kleines Infovideo, weil ich in den nächsten Tagen keine Videos mehr hochlade, weil die App hier im OBS Studio nicht richtig funktioniert bei mir und wenn ich ein Hublot-Spiel spiele, richtig lag und deshalb kann ich da nicht mehr aufnehmen. Deshalb werde ich erst in ein paar Tagen mit etwas Glück wieder Videos machen. Bis dahin abonniert und liked. Dankeschön.